Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß. Und hier die Auflösung für unser Rätsel. Ganz kurz und schmerzlos. Lesen könnt ihr das ja selber. Ihr seht aber hier an diesem Beispiel, dass die Melodie zwar mit dem Grundton endet, aber nicht unbedingt damit anfängt. Muss auch nicht mit einer Tonleiter anfangen. Wie ihr seht, am Anfang gibt es Sprünge von oben nach unten. Nämlich soll den Kuckuck imitieren. Also viel Spaß nochmal beim Nachhören oder beim Nachspielen von diesem Lied und auf bald.